Guten Tag und herzlich willkommen. Das ist ein weiteres Video zum Thema Halogene. Das sind die Elemente der siebenten Hauptgruppe des Periodensystems der Elemente. In diesem Video geht es drittens um die Herstellung der Halogene. Fluor Fluor als reaktivstes aller chemischen Elemente kann man nur sehr schwer elementar herstellen. Eine Möglichkeit und auch die einzige ist die Elektrolyse. Zwei F- reagieren zu F2 und zwei Elektronen. Zwei Fluorid-Ionen reagieren zu einem Molekül Fluor und es entstehen zwei Elektronen. Ausgangsstoff für die Elektrolyse ist eine Schmelze von KHF2 von Kaliumhydrogenfluorid. Dieses Salz dissoziiert in der Schmelze unter Ausschluss von Wasser. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com